Glücksmomente von diesem Tag aufzuzählen, was mich glücklich gemacht hat, wen ich geholfen habe und worüber ich mich gefreut habe. Das stärkt mich dann auch, ich freue mich darüber, aber es ist auch schwierig. Mir sind zuerst nicht eingefallen, aber dann ist mir es doch eingefallen. Es sind halt immer drei und mir ist halt immer eins eingefallen. Das zweite musste ich dann schon überlegen. Nach zwei, drei Tagen ist es mir dann schon leichter gefallen. Es ist eine gute Sache, weil man sich am Abend an die Glücksmomente erinnert und sich dann über den Tag freut. Man kann schon besser einschlafen und Albträume bekommt man auch nicht. Okay.